Immer wieder in deine Power und es geht ab Pass auf, du musst es checken Pass auf, dich nie verstecken Du musst heute der Größte sein Du schaffst es ganz allein Ja, du musst immer der Beste sein Du schaffst es ganz allein Das Problem ist also, wo wir die Digimon verstecken sollen, richtig? Nun, da müssen wir uns was einfallen lassen Hast du nicht irgendeine gute Idee, Matt? Lass mich darüber nachdenken Kann ich bitte ein Autogramm haben? Ja, natürlich Wie heißt du denn? June, schreib einfach nur für June June? Sag mal, bist du vielleicht zufällig die Schwester von Davis? Ja, bin ich und wer bist du? Also, das ist mein jüngerer Bruder TK Hallo, das ist ja ein dickes Ding Ich gehe nämlich mit Davis in eine Klasse Na sowas, du siehst süß aus Bekomme ich von dir bitte auch ein Autogramm? Davis ist alles andere als süß Ich wünschte, mein Bruder wäre so wie ihr Wenigstens ein bisschen